Was geht ab YouTube-Patri? Willkommen zu einer neuen Folge Back4Blood. Wir haben es endlich geschafft und sind ein Level weiter. Hooray! So. Schauen wir mal, ob es sich hier jetzt ausscheitert oder? Bestimmt nicht. Wir sind nach wie vor in diesem Friedhof. Wo kommen denn die schon wieder her? Wir haben doch alle getötet. Ja, die kommen vielleicht aus sämtlichen Löchern. Lassen wir eigentlich hin. Was ist denn unsere Aufgabe? Finally anwesend. Geh weg! Ah, hier hinten ist sie jetzt offen. Hier hinten müssen wir lang. Was ist das? Ich bin angetan! Ah! 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 Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Wir müssen den Weg rechts nehmen. Oh oh! Warum macht der den? Ich würde sagen, der explodiert. Seid zu nahe hingelaufen! Ey, Gelder! Mann! Gibt's hier irgendwo was? Nee, nee, reiß ich zum Feindelfließe das Level ab, ohne einen der Cleaner zu verlieren. Ja gut. Was ist denn ein Cleaner? Hä? Was ist denn ein Cleaner? Wir sind Cleaner. Na wir! Achso. Ach. 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 Wir sind quasi der Putztrupp. Der Putztrupp! Das sind die, die sauber machen. Der Nebel ist auch unangenehm. Ja. Seht ihr das? Irgendwo müssen wir hin, oder wo ist das? Na hier hoch? Ja, wahrscheinlich hoch, aber ich habe hier gerade noch gekauft. Entdeckt. Oh, unglaublich. Du bist so weit vorauf! Endlich Ruhe! Kommt, bewegt euch! Ei, ei, ei. Okay, hier ist das Anwesen. Alter! Ach, diese dummen Dinger. Da ist er weg. Und die kriegen das Leute auf einem schwierigeren Level hin. Exel? Exel, Flasche. Wer denn? Gasflasche. So, da ist auch hier was. Aua! Steh da neben! Entschuldigung! Entschuldigung! Er wollte aber drauf schießen. Hättest du schon gleich lang gezündet, ja. Oh, oh, scheiße. Oh, nix da, Vögel! Hier, hier, die Leiter hoch! Evangelio, hör auf! Versuchst du etwa dich umzubringen? Eieiei. Guck mal, ist das etwa ein Deutz? Das ist die erste Person, die meinen Namen direkt richtig ausgesprochen hat. Das ist kein Deutz. Ich hab hier, ich bräuchte mal. Warum nicht? Der hat aber Rode. Ich finde, das sieht schon sehr Deutzig aus. Nein. Was ist es dann? Was ist es dann? Was ist es dann? He, weg! Das könnte, könnte ein alter Formal IHC sein. Okay, ja. Hab ich auch gewusst. Sorry. Das wäre mein nächster Gedanke gewesen. Ach so. Du musst doch was Fettes tun, ja. Kann ich so viel auf den Jet gucken. Hm? Ach, doch. Da, 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 da. Was von dem? Was von dem? Weg von dem! Au! Ela hat die Horde aktiviert. Ja, ich geh jetzt mal in diese Scheune. Vielleicht ist das ein wenig übersichtlicher. In der Scheune sind lauter... Ich hab dir eine Raubombe geschmissen, die gehen woanders hin. Nee, ich hab so, ähm... Knallfröscher. 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 Unsere Farm nach der Apokalypse. Keine Lün. Es ist... Ich mach mal hier... Ich brauch erstmal Munition. Gibt's irgendwo Muni? Ja, ich hab hier ein... Axel, halt ich mal und nimm hier die Verbände dann mit. Mach dich mal voll. Ja, warte, warte, warte. Guck mal hier. Oh. Ich kann auch bloß ein Verband mitnehmen. Schältämpfer braucht keiner. Okay, doch. Oder? Nee, jetzt war ich schneller. Warte mal, ich glaub hier Muni. Ich hab grad ausgesehen was ganz viel genommen. Axel, halt dich und nimm's mit. Ich hab doch schon. Ja, aber du bist noch nicht voll. Nimm halt die restlichen Verbände mit, bevor sie zurückbleiben. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ja, das reicht das mal. Ja, warte, warte, warte. Ja, ich hab auch bloß 100. Warte, muss die anderen noch nehmen. Ah, da ist ein Medipack. Das ist jetzt meins. Ja, warte, stopp. Das Medipack will ich wieder. Ich nehm jetzt halt auch ein Verband. Wie kannst du das mal? Wie kannst du das mal? Wie kannst du das mal? Wie kannst du das mal hin? Warte, warte, warte. Das ist ein Hexler. Das ist ein Hexler. Gras. Da steht Meis. Ich denk, dass es für Meis ist. C22mH Pickard. Sag mal, machen wir jetzt ja mit der Landwirtschaft oder was? Der Logo. Eben zu. Warte, ich muss erstmal gucken, ob's hier noch ein bisschen ist. Die Folge nennen wir LS mit Zombies. Wo müssen wir jetzt lang? Durchs Maisfeld Häxler. Ach, hier hinten. Wir müssen durchs Maisfeld, oder? Kann das sein? Na, let's go. Das ist doch das Kornfeld, steht da. Ein Bett im Kornfeld. Sirene! Und sie schießen drauf! Oh! Oh, verdammt! Das war der Feier. Ah, haut's ab halt. Okay, ja. Komm da oben, ich hab was. Kann mal jemand kommen, bitte? Oh, verdammt! Oh, ich sterb gleich! Habe! Oh, verdammt! Ich leg! Ich leg! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Woli, ein vunderschönen guten Abend! Oh, verdammt! Oh, verdammt! No, 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 no! Oh, verdammt! Ja! Alter, jetzt leg ich! Nooo! Warte, warte, warte! Warte! Oh, Ela hat die Vögel erschreckt. Aber das Viech hat mich angedimst. Ela, hält mich auf! Ich kann nicht! Ich mich selber! Warte, ich komm zu euch! Hilfe! Warte, 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 warte! Ich komm ja schon! Ich helf dir! Ja, warte! Warte! Danke für deinen Follow! Hallo! Ja! Okay, wunderbar! Willst du mich willkommen! Ich bin im Stress! Wir sind ja alle im Stress! Ey, Keller! Wenn ich mal wüsste, wo wir lang müssen! Oh, Vögel, 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 Vögel! Das erste Mal die Viecher, die noch machen! Wo ist er denn? Würdest du das nicht verhandeln? Ja! Also irgendeiner rennt mir nach! Ja, uah, der ist hier bei mir! Oh, da ist noch ein Snitcher, der hat mich! Ja, toll! Verdammt! Verdammt! Ja, ich hab die Vögel! Oh, und so ein Federer auch noch! Scheiße! Ich bin tot! Ja, ich auch gleich! Ah! Ich brenne! Mit dir die Viecher brenne ich! Hilfe! Ekelhaft! Warte! Ena! Warte, warte, warte! Ja, ja, warte! Ich kann ja nichts machen! Ich bin tot! Achso, du bist tot! Ach, verdammte Axt! Warte, sagt er! Ich bin tot! Verdammte Axt! Scheiße, leg auf! Ja, verdammt! Ah! Das hält sich, wenn wir davon enden, oder? Ja! Ich helfe dir, Warte! Ich helfe dir, Warte! Ich helfe dich, Warte! Ich helfe dich, Warte! Ich helfe dich, Warte! Was ist denn hier los? Das ist übel! Übele Rohrbombe! Hä! Ja, weil wir halt die ganze Zeit, dann kommt wieder so fetter und explodiert und zieht die Horde an und... Alter! Ist ja ekelhaft! Wir haben was da jetzt! Mhm! Ich muss auf verfügbaren Ort zum Respawnen warten! Ja, ich weiß! Also, ich mach's auch noch mal lang, Leute! Axel, heil dich! Ja, mit was? Du hast doch nur... Ne, du hast ein Defi! Ne! Genau, was ich wollte! Ja, ne, das ist jetzt nicht... Pass auf, da vorne waren irgendwo Vögel! Ich tapp hier mal durch! Ja, links sind überall Vögel! Lass mal weiter links laufen! Lass mal hier lang! Achtung, da kommen auch Vögel in 10 Meter, 8 Meter! Was ist das? Oder? Ne! Gott, hat's mich jetzt gerissen! Warum auch immer? Trotzdem aufhängen wir die Vögel, die da drüben sind! Ja, irgendwo müssen wir jetzt aber erstmal gucken zum... zum Heilen! Knipser, wir wissen, dass wir einen Benzinkernister benutzen können, ja! Es sei denn, wir könnten den hinter Hexler schmeißen, das wäre auch schön! Muss nachladen! Genau! Fuck! Schon gut! Ich helfe dir! Achtung! Was heißt ne Achtung? Ja, hebtet ihr mal hoch, oder was? Danke, Bruder! Ja, jetzt er hat er! Jetzt er! Warte! Jetzt er! Auf mich hat er heil! Ah! Ich beobachte mir! Wir schauen jetzt mal ein bisschen mit dem Excel zu, was der so treibt! Guck! Wie unvorsichtig! Auf Rettung warten! Was ist denn jetzt? Ja, super! Ich hab Rela gefunden! Fuck! Ich bin Evangelo! Okay, wunderbar! Wir müssen doch irgendwo was zum Heilen geben! Das ist schön! Hier heilen! Das passiert! Ah! Hallo! Weiter, weiter, weiter! Ich komme! Heilen, heilen, heilen! Benzinkanister! Ah! Herrlich! Ah! Herrlich! Sag mal! Ah! Wunderbar! Dankeschön für den Screamer! Das brauche ich! Jetzt halt mal auf, um mich draufzumachen! Ich will mich doch nur heilen! Der Benzinkanister mitnehmen, oder was? Abgesicktes Hundpflinze! Ja! Schatten Benzinkanister! Schatten Benzinkanister! Schatten Benzinkanister! Sehr schön! Aber schieß nicht! Hilfe! Hilfe! Hallo! In die falsche Richtung! Ihr schießt in die falsche Richtung! Entschuldigung! Schatten Benzinkanister! Ja! Dann benutzen! Hauptsache, der Benzinkanister! Ja! Da! Warum denn nicht im Benzinkanister schießt, der Trottel? Ah! Groß und fett! 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 Lauf! 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 Weg! Schießen! Schießen! Weg! Schießen! Lauf! Lauf! Weg! Schießen! Schießen! Wenn der uns immer anzifft, ist halt scheiße! Oh! Ich glaube, ich brenne! Alter! Wo kommt denn die jetzt, Alter? Irgendwas? Irgendwas brummt hier ganz widerlich! Da! Ich mach mal Kiste öff! Warte! 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 Schlitz nochmal zurück! Hallo! Was ist denn hier los? Hier ist eine Mini-Kiste! Oh yeah! Hallo! So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal kurz genug Geld, um mich kurz zu heilen! Der Walch! Also, ich bin dann auch noch kurz zu heilen! Warte! Naja! Okay! Anscheinend auch nicht! Ja! Wunderbar! Warte! Kannst du nicht heilen! Warte! Ich blitze mal zurück! In das Ding! Alio! Reihen den Schutzraum! Da! Hailey! Brauchst du auch Geld? Okay! Wunderbar! Alles gut! Wenn wir jetzt den Schutzraum kriegen, ist es okay! habt ihr das gesehen ja ich komme auch noch so ist nicht könnt ihr aber warten heute ab hier noch irgendwo was ja ja also hoch soll man anscheinend nicht da kommen wir quasi der garten der sparen dass ich glaube wir müssen hinten raus wunderbar wir sind hier gekommen oder hier an der treppe ach ne keller wollen wir einen keller schon mit dem grab Ich hab's schon. Shit. Hilfe, 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 Hilfe. Wie war's drinnen? Ah, 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 ah. Help, help, help me. Help, SOS. S-O-S. SOS. Sind doch schon da. Achtung, da kommt's unten. Renn, rennen, 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 rennen. Schießen, 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 schießen. Eckerhaft. 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 Großböse. Aua. Boah, das ist schnell. So, jetzt rennen wir mal durch hier. 16 Minuten ist ja wohl eine gute Zeit. Das reiche. Das reiche. Wir können uns hier nicht nur ewig Zeit lassen. Keine Munition mehr. Schutzraum ist hier irgendwo? Ja, hier. Da drüben. Schutzraum. Geh weg hier jetzt. Du Keier. Ich glaub, das teilt sich sowieso durch uns. Ja, jetzt kommt's. Ihr habt kein Munition mehr. Ach so, du DG bei mir, ja. Ja, komm, das rennen einfach. Boah, oder? Leila, renn. Renn. Renn so schnell du kannst. Ich renn, ich renn, ich renn. Renn, renn, renn. So. Jetzt sind wir alle drin. Yes. Na wunderbar. Schaut euch die schicke Lichterkette an. Na hey. Sehr schön. Na wunderbar. Sehr schön. Na wunderbar. Nochmal ein Level mehr. Ich bin ja so glücklich. Ach, wieder was. Schön, dass du da warst. So. Ja wunderbar, mein Lieben. Wenn's euch gefallen hat, lasst das Däumchen da. Und in diesem Sinne, tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao, ciao.